Herzlich Willkommen zur Porsche Soundnacht 2016. Unter dem Motto Past to Present steht die Porsche Soundnacht 2016 und wir haben wirklich alles dabei. Der Wagen von Sanremo 1981. 1981 lief alles so, wie wir uns das erwartet haben. Ich war von einem Auto unheimlich begeistert. Der Auto hatte 280 S, ging von 1000 bis 8000 ohne ein Loch. Der Siegermagen Le Mans 2016 Wachsche 919 Hybrid. Es ist eher wie ein Raumschiff. Es hat mit einem normalen Auto eigentlich nichts mehr zu tun, wenn man einfach die Anzahl der Knöpfe am Lenkrad sieht. Es ist unheimlich aufwändig, die Arbeit im Cockpit. Es ist ein ständiger Dialog mit den Ingenieuren. Trotzdem fahren wir immer noch 330 und lassen die Autos richtig fliegen. Es gibt nichts schöneres, als so ein Auto in Le Mans zu bewegen. Hören Sie den Sound des Porsche 718 RS. Wasche 956C aus dem Jahr 1983, die Chassis Nr. 005. 540 PS Doppelturbo aus dem Jahr 1977 der 936 Spyder. Der Moby Dick als die extremste Variante des 935. Porsch 924 Arrera. Der Siegermagen Le Mans 2016 Porsche 919 Hybrid Den Wagen von San Remo 1981 Der Grand Prix Siegerwagen von Frankreich 1962 Porsche 804 Form 1 Der Siegermagen Le Mans